so eine weitere folge und ja rex banzai guck mal so hier uns alles erwartet warum sagt mir keiner dass wir klein ziehen das hat schon mal ganz gut ein so wunderbar hallo schack der pflanze ist immer ganz gut münzen 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 joshicoid solid brown blocks into points abends the creator didn't put this here for no reason don't worry with it buddy ja hier weiß schon dass die frauen blöcke in grau verhandelt werden und warum der hersteller ich darum das switch reingestellt hat keine ahnung nehmt es einfach mal mit so grob geschätzt übersetzungen mit weltkont wunderbar monster b bestimmt für hier er kann durch die röhre zum münzen bonusraum oder wie danach auszusehen joshicoid wunderbar und rein super daraus kommt da wieder raus ok ja und wunderbar die kommentieren so jetzt auf zum schloss zum ersten endgegner ja auch sehr nah ist ein bisschen kat auf aber noch gut um ja das unserer 3 kein 4 jahren ua ha 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 ich wollte ein bisschen zelb ist es eher aber kaum ein 7 jetzt hessen die haben ziemlich aggressiv ist feiert ist bei 2 1 weißt du krass people also ja das ist schon erste information zum ersten gegner dieses film erst ein bisschen hyperaktiv ja und schießt die ich versuchte ich ein zu quetschen schön zu wissen hier aber es schön dieses schwimmen wie mir richtig hier sofort sammeln müssen einmal den ganzen weg noch um glaube ich ja ja ich vergesse das wunderbar ein bisschen abkürzen oh ja ich kenne ich noch ganz genau hier ist noch was durch einmal hoch aus dieser kletterflansche und zum guten kupon lassen wir aus der art haben wir hier schnell hoch das ist noch ein bisschen knapp mit dem mess mit der zeiten hier kann noch sein und 28 sekunden auch da ist schon der post nice tier design ja ich komme vor viel den anderen super mario hektar rom hack was das nicht dauern vier treffer wie viele noch 55 treffer aber der andere hat nur drei mei man ok hatte mir mehr im erwerger noch um ja auch smiley we know the things is this and the castle has been reduced to ruin now it's time to have a bit of shanes in sinry starting with the beach put on plenty of sunscreen ja sonst wie okay ist die haule mauli mit extra secret exit so kassiker lieber reden hier und im holz ja wunderbar danke musik school er ändert mich irgendwas ich weiß nicht mehr wie das spiel heißen das war nicht schlau von mir das ist mir noch nie passiert na gut holly molly dann mal um warum die doch ein bisschen sicher war da 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 hallo montimo ja wunderbar schönes musik also der heck gefällt mir auf jeden fall da ist eine mittlere point ich muss um in die röhre rein hallo joshi zusammen wunderbar und es wird gleich in selbst setzen oder wenn ich den zweiten waren nur hier mache geht er wie in den secret exit glaube ich und das gucken oder ist vielleicht finde ich noch gleich da ist schon mal der schlüssel pilz gut habe ich schon was anders aber gut achten ist ja schon wird euch doch kein ding aber ich brauche etwas anderes ich brauche ich das ausspucke ist ich brauche einen mann ab oder etwas da ist das ziel wunderbar jetzt nur noch das secret exit was sie schon gesehen hat es gibt ich mal kurz kurz ein bisschen und den ganzen weg noch mal hätte gleich eben heißt also von der ersten getrennt dass auch speedrunning du 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 ja speedrunning auf fai bloß du 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 hier war das letzte ziel exit dann ist nicht auf wunderbar ach hier eine fehl zu wissen da ist die schüssel Oh, ne. Wie weint. Das heißt, das meinte ich. Äh, dünn, dünn. Das war nicht gut. Gleich ohne Yoshi. Das ist ein Zoll, äh, Füch, Yoshi. Äh, man sollte auch ein bisschen abspringen können. Ja. Äh. Ein bisschen tief. Komm. Äh. Ich habe auch für dieses Level auch lange gebraucht. Also, bis dahin habe ich gespielt und dann weiter nicht mehr. Oh Gott, ey. Yes, sir. Wunderbar. So klappt das. Ein bisschen mehr Anschwung war alles in Ordnung gewesen. Wir machen erst mal den oberen Weg hier. Touch for sie. Oh, da wollte ich gar nicht drauf. Tut mir leid. Ich bin so an Kaiser Mario gewöhnt oder Mario und Messerschutz ist Mission, dass ich dann auch manchmal ganz, ja, was heißt ja manchmal, auf die Tassen dann komme, oder aus Gewohnheit, in der Tassen da rankomme. Entschuldigung, ne? Aber irgendwie kennt die Musik auch. Oh, ja. Leute, Leute. Kirby ist das ja nicht. wüsste ich aber dass das scary gewesen wäre das war knapp weil die fehler mich die ganze gelände gleich nochmal weiter behalten aber die musik ist voll cool kann man nicht sagen meine güte ich bin so wie auf die weinke kommt das ist reflex das ist doof ich gleich in der ersten video versprochen kann wie weit so was nicht auf den drücken und ich mit mir so ach so schock gerade helfen kann ich das leben wie man es macht ist so jetzt aber Meine Güte. Ja, geht, geht, ja. Hm. Auf schönes Level. Nee, die Yoshi kontrolle ich mich nicht. So. Oh, was ist das für ein Sprung, bitte? Uah, geschafft, wunderbar. Oh, nee, Kaiso Mario 2. Ja, ja, ja. Ja, das kenn ich noch, Kaiso Mario 2. Fällt's runter gut? Ist hier was Gutes drin? Nee, eine Feuerblume, wunderbar. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Weil es jetzt ziemlich knapp bemessen worden, ne? Kann das sein? Wuhu. Wuhu. 61 Sekunden noch. Boah. Oh, Ziel, wunderbar. so ist man auch gewissen kann auch nicht aufschluss double danger fortress double danger fortress ok fall im fantasy ich meine der anfang das kommt von fall im fantasy aber wer ist das teiler muss sagen zu einer alteren teil seit fünf kann das nicht sein wenn das nicht final fantasy ist ist es auch in ordnung aber der anfang hört es so an also dieses tut da im hintergrund jetzt so meine hat sich so ähnlich wie final fantasy an rüber danke anfangs vorbei dann sein roten augen genau danke das m ist das checkpoint ob ein nettes schloss design muss man erst sagen ich schaffe wunderbar ich muss den dings mitnehmen das war nicht gut einfach ein bisschen zu früh genauso wunderbar man ab gott hohohoho fast knapp du 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 wunderbar nächste feierblumen was ich brauche auch wunderbar geschafft warum sind von montag jetzt mal bitte runter gott mit väter wäre auch das ein bisschen einfacher ach die zeit es geht auseinander auseinander zu ende meine ich so haben wir schnell rüber zeigt 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 ja speed running speed running speed running einmal überspringen nein habe nicht geschafft wunderbar war genau da die tür ist und da war ja kein treffer ist auch gut egal denn auf dieses foto ist es nehmt dann hier ist hier ist nehmt jetzt because he was hope around like the idiots okay 70 sekunden für dann die lebens nachzeige hat sich verändert das steht ihm nicht mehr mario sondern dann und da steht um mal drei dreimal treffen weil wir haben wir noch so wunderbar geschafft so das kontinu selbst wunderbar ich mache hier in self state und bis demnächst wieder so dann und 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 Vielen Dank.